Er verwiesen es drei Stichpunkte. Erster Stichpunkt ist besseres Datenverständnis. Wir müssen die Kompetenz in Unternehmen bekommen, was es heißt, mit Daten sinnvoll umzugehen und wirklich auch Informationen aus diesen Daten zu generieren, wertvolle Informationen. Zweitens das Thema Bedürfnisse, Bedürfnisse von unseren Kunden und von unseren Mitarbeitern. Da wirklich auch einen Fokus drauf zu legen, was ist das tatsächliche Bedürfnis von unseren Kunden und uns daran auch auszurichten, also diese Kundenzentriertheit. Und der dritte Punkt ist das Thema Open Innovation, dass wir aufhören, wirklich nur in unseren eigenen Silos, in unseren eigenen Unternehmen Themen zu entwickeln, sondern breiter mit einem Ökosystem, mit anderen Partnern versuchen, Initiativen anzuschieben, neue Ideen zu entwickeln und ich glaube, wenn wir die drei Herausforderungen gut angehen, dann werden wir auch in Zukunft sehr weltbewerbsfähig sein.